als sie sie mal über kriegsel man weiß ja nie hallo noch mal so ein Vieh war voll daneben geschossen ich weiß nicht ob sie überhaupt hilft komm du mal her herannt 3 die ist schon stark acht Schuss haben wir gebraucht für den so kriegsel ich habe noch Panzerung da nicht Panzerung ich will mich ja nicht beklagen oder meckern nicht das Spiel das merkt und wieder umstellt aber man kriegt jetzt schon recht viel fürs Ende fast Ende würde ich mal sagen ich weiß es nicht es kommt noch eine Stelle ich weiß nicht wie lange das geht keine Ahnung ich weiß nicht was alles für niräusch es war da drüben was was n alter 0 steht er alles gute kommt von hinten diese schulen sicherheitsmänner verdammt ich hab nur die schulen waffen was ist das das ist so ein geheim ding naja nicht direkt geheim aber wo 76 schutz heilige scheiße also wenn wir jetzt nicht gut durchkommen ok da ist eine kamera ausgefallen vielleicht sieht jetzt jemand an mir an ist aber gut dass sie schon damals es hingekriegt haben über die übertragung gleich zu machen das heißt guck mal da liegen Skelette die ich grad erschossen habe also die Typen halt umgewandelt mit der Knarre da manche Spiele kriegen sowas nicht hin da liegt die Waffe da liegt das Skelett haben sie richtig gut gemacht für Jahr 2005 bin begeistert sind gute Entwickler gewesen also also ich bin echt gespannt auf die anderen Teil äh sowas gefällt mir schon mal immer gar nicht da weiß ich doch schon krieg sei und gleich und das ist noch mal die Schöße da naja Horror ist nicht wirklich wie viele immer sagen aber es ist schon naja also ich weiß nicht so keine Ahnung ich kann dazu nicht sagen mir gefällt es einfach nur das ist dieses Babybeer die E-Bag-Einheit ist eingetroffen freut mich zu ihr danke für die Hilfe ich wünschte ich könnte mehr tun zeig mich denen gibt es mir noch ein paar Wege könnten wir benutzen aber was ist denn hier ach wieder so ein Versteck mit Der ist vor allem Ok Okay. Hä? Boah, dieses helle weiße Licht immer. Ich verstehe das Ganze nicht. Immer dasselbe fast. Also, es ist fast echt immer dasselbe. Ja, wir haben es noch gar nicht benutzt. Es ist nur dann immer wieder ein bisschen anders aufgebaut. Also, es wird immer reifer. Also, ähm. Äh. Ich wollte doch sagen, gehst du mal los? Auf jeden Fall geht's nach unten. Okay. Hä? Ja, dein ironisches viel Glück kannst du stecken lassen. Alice Wade wurde nicht gefunden. Ja, schön. Sture Scheißweiber. Bleiben Sie hier. Nein, es geht wirklich nicht. Eindringung. Oh, nein. Nicht schon wieder. Wow. Da, der trifft mich. Was für ein Scheiß. Alter. Leck mich doch am Arsch, Alter. So ein verkacktes Scheißteil. Boah. Die sind... Boah. Ich dachte, die Dinger sind wohl los, Alter. Ne. Ich werde ja irgendwann im letzten Leben kommt alles auf einmal. Hat man nicht eigentlich volles Leben gerade? Moment. Ich will das nochmal gucken. Sorry, Leute. Nee, wir hatten 65. Dann los, komm. Dann los, komm. Ja. Taas. Okay. Und los. Dann los. Dann los. es wird auch irgendwann aufzuschießen dann dreht sich das und das ist unsere Chance so müssen wir dann vorangehen alles klar werden wir uns mal merken wir haben jetzt nur 10 Panzerung verloren ich soll doch mal treffen aber liebe Freunde, das wird nicht das letzte sein ich höre mal aufzuschießen, denk so dummes Geschichte, genauso wie mein Gesicht doch meine Liebe, die saßt du nicht danke für die Rüstung scheiß Ding ey ok, hier haben wir wieder über die Absperrungen da können wir runter hier können wir hoch äh ja, was ist denn da unten? das ist so eine Art Versteck wir oder nur eine zweite, dritte Möglichkeit irgendwas zu umgehen ja, wahrscheinlich ach, guck mal an jetzt sind wir hier hinter äh, hier müssen wir dann anscheinend hin aber was ist dann da hinten? ach, ich kann hier sogar laufen hier muss ich nur ducken also das will ich mir jetzt nochmal näher angucken sorry Leute, aber das... naja, es muss leider sein äh, er springt aber da aufs Droh aber wie soll, das ist nur eine zweite Möglichkeit äh, das ist ein Versteck äh, die Grandaden haben wir aber schon ok ich hab jetzt viel Zeit vergeudet scheiße ich kotze mich halt selber an äh, man aufstehen sollst du aufstehen ich nie dort nie da werden wir uns wieder sehen ja, ich hab heute eine lange Weile und Macker ich weiß, ich weiß ich weiß so, ich mach trotzdem nochmal ein Quicksil, auch wenn wir nichts erreicht haben dadurch äh, war klar äh, da die sind wir um die Ecke gepackt äh, die sind wir um die Ecke gepackt ich glaube die Übungen hat Flachkörper so ne ästlichen Typen Scheiße Flackkummer macht Laune ja so ist das nun mal im Regelverkehr da da ist Fettsack Fieser am Fettsack der hat mich abgelenkt so ein Wichser alter was Vorsicht pff nö du Assi alter ich wusste dass man dich nochmal wieder sieht diesmal fresse ich dich roh alter fieser Fettsack durch deine Ablenkung habe ich ganz viel Rüstung verloren ach da ist einer gut aufgeräumt das muss ich echt mal erwähnen wie da hat noch einer irgendwo überlebt der jetzt auf die Tonne ballert oder allgemein mir sehr viel abzieht das war das war ein 4 Stück das ist nur einer das ist nur einer siehst du Fettsack Alter glaube ich habe nicht wie ich sportlich bin wow das ist die Fickse immer von hinten kommen und alles als ich sehe ich hatte schön Rüstung alles er volle Granaten Kuh sie hat die Prototypen zur Welt gebracht Wohin war wohl nicht überzeugt, dass die übersinnlichen Fähigkeiten identisch bedingt sind er rechnete sich größere Chancen aus, dass sie übertragen werden, wenn der Fältus im Unterleim heranwächst sie legten sie als ins Koma, ließen sie ein gegen manipuliertes Baby austragen und leiten um ihn ein das ist total krank ähm das kann ich nicht sagen, keine Ahnung das heißt, die Prototypen wurden geboren, nicht hergestellt, aber wieso so viele? das geht doch gar nicht oder vielleicht gab es mehrere Mütter, sag ich mal joa, was soll man sagen eh? ach so, da lang der mit den Rohren tanzt, der auf den Rohren tanzt ah nein, du Wichser bin ich aus meiner Seite weggelitscht das war ich ne Scheiße aber auch alter so, jetzt nicht nur einmal na, pfff, na so ne, mir schier lang dann hier hoch, man braucht nicht springen, der geht automatisch da so hoch ja, ich will hier nicht runterfallen dann müssen wir eigentlich hier oben lang hä? aber stimmt hier rein ach, gucke mal an war klar, dass der Fettsack nicht da ist Norton glauben Sie echt, Sie können Beweise vernichten, indem Sie Dokumente schreddern und Festplatten löschen? Genevieve Aristide hat sich ihr eigenes Grab geschaufelt und muss dahin liegen Folgen Sie ihr nicht wie ein Schoßhündchen da rein hat der das zu uns gesprochen, sind wir Norton? ich hab grad keine Ahnung das ist schon zu lange her wow da hat noch einer überlebt, der hat der hat mal wieder brutal auf mich geschossen hätt ich mal das Medikit unten hoch genommen naja, wegen vier Stück ach, scheiß drauf ach, einfach feste drauf wow dieser Fichser jedes Mal komm ich mal aus allen Ecken ich sollte damit immer rechnen, dass noch ein Gegner kommen kann mach ich aber nicht leider ja, dann solltet ihr dich auch nicht wundern, wenn ihr so viel Energie verlierst ja, ist ja gut ja, ist ja gut